Namaste, Namaste, herzlich willkommen an diesem Mittwoch, den 16. November 2022 beim Kaimi-Report, dem ersten auf YouTube. Wir sollten auch etwas sehr Brisantes wieder aufgeschaltet haben auf Rumble, also dort geht es dann wirklich ab über ein sehr noch brisanteres Thema. Herzlich willkommen, wenn ihr dort auch reinschaut, aber jetzt sind wir auf YouTube und da der Hinweis, heute in einer Woche, zweitletztes Referat am 23.11. im Marseul in Chur und am 24.11. im Rheinaussaal in St. Margrethe. Tickets findet ihr unter der E-Mail in der Infobox oder, wenn ihr es ganz bequem haben wollt, unter info.männerpraxis.ch und es geht dann zu Jean-Marc, der dieses Ticketing für die beiden Vorträge bearbeitet. Ja, was soll man sagen, wie entwickelt sich diese ganze Great Reset-Geschichte? Das ist etwas speziell, aber vielleicht hat das ja alles gar nichts mit dem Great Reset zu tun. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Immer mehr Traditionsbetriebe gehen pleite, immer mehr mittelständische Unternehmen stehen mit dem Rücken, ja schon fast in der Wand und nicht zur Wand. Energie, hohe Energieerzeugerpreise und Lohnkosten, Bürokratie und sinkende Nachfrage nach Produkten, aufgrund sinkender Kaufkraft brechen ihnen das Genick. Die mittelständischen Strukturen der deutschen Wirtschaft werden mithilfe von realen und inszenierten Krisen zerstört. Davon profitieren Grosskonzerne und die Politik, die Grosskonzerne natürlich dann meistens global agieren. In Deutschland bilden von Eigentümern bzw. Familien geführte mittelständische und kleine Unternehmen das Rückgrat der Wirtschaft im Gegensatz etwa zu China, den USA, Japan oder Frankreich, wo Konzerne, Staatsbetriebe und Management geführte Grossunternehmen eine wesentlich grössere Rolle spielen. Das ist in der Schweiz praktisch ähnlich wie mit Deutschland, wahrscheinlich auch in Österreich. Der unternehmerische Mittelstand ist im deutschsprachigen Raum die Grundlage des Wohlstandes. Er erwirtschaftet jene Gelder, die Politiker grosszügig verteilen, für was auch immer, zumal der Mittelstand im Gegensatz zu global agierenden Grosskonzernen seine Steuerzahlungen nicht über internationale Konstruktionen in Irland oder wo auch immer und Geflechte optimieren kann. Und was heisst optimieren? Das ist in diesem Falle minimieren. Und da gibt es noch einen Unterschied. Ein mittelständischer Top-Unternehmer haftet, will seine Firma leistungsfähiger machen. Das gilt auch für den Kleinunternehmer. Ein Top-Manager haftet nicht, macht die Firma bisweilen hilfsbedürftig. Zu diesem Schluss kommt der mittelständische Unternehmer Johann Pröbster aus Bayern in seinem Buch das schlicht und einfach heisst Familienunternehmen. Johann Pröbster aus Bayern in seinem Buch Familienunternehmen. In Deutschland arbeiten rund zwei Drittel aller in der Privatwirtschaft Beschäftigten in Familien- bzw. Eigentümer geführten Unternehmen. Sie sind oder waren bis vor kurzem der Jobmotor Deutschlands, haben in den vergangenen Jahren deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als Konzerne. Die Tageszeitung Die Welt schreibt, Zitat, Die kleinen und mittleren Unternehmen tragen in Deutschland weitaus mehr zum Wohlstand bei als die grossen. Die rund 3,5 Millionen KMUs, klein- und mittelständische Unternehmen, haben den Aufschwung der vergangenen zehn Jahre maßgeblich mitgetragen. Fast die Hälfte des gesamten Ertragssteueraufkommens zahlen in Deutschland Familienunternehmen. Sie sind mit der Region und dem Land verwurzelt, oft auch mit ihren Mitarbeitern, verlegen ihren Standort in der Regel nicht, wenn in einem anderen Teil der Welt die Produktionsbedingungen nicht besser, aber viel günstiger sind. Das alles steht auf dem Spiel. Jene Unternehmensstruktur und Kultur, der Deutschland seinen wirtschaftlichen Aufstieg und Wohlstand zu verdanken hat, wird gerade an die Wand gefahren. Vor wenigen Tagen hat der Seifenhersteller Kapus aus Baden-Württemberg Insolvenz angemeldet. Also zuerst hat er nicht mehr produziert, dann hat er nicht mehr verkauft und, Herr Habeck dürfte staunen, dann hat er tatsächlich Insolvenz angemeldet, wie ihm selbst Frau Maischberger damals versucht hat, in diesem Talk zu erklären. Der Traditionsbetrieb Kapus wurde 1848 gegründet und hat in den vergangenen gut 170 Jahren Wirtschaftskrisen, Hyperinflation, den Deutsch-Französischen Krieg und zwei Weltkriege überstanden. Dank globalistischer Politik ist jetzt Schluss. Kapus, die explodierenden Kosten für Energie und Rohstoffe, sowie die Versorgungsengpässe und steigende Lohnkosten haben das Unternehmen in die Insolvenz getrieben. 200, 200 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen. Kapus ist kein Einzel, sondern ein Regelfall. Unter solchen verheerenden Rahmenbedingungen leiden viele, wenn nicht fast alle Unternehmen am deutschen Wirtschaftsstandort. Dabei läuft die Pleitewelle, die sich im Laufe der nächsten Monate zu einem Tsunami auswachsen könnte, erst an, zumal bei den Preissteigerungen das Ende der Fahnenstange nicht erreicht ist. Dafür sorgen unsere Politiker. Vor allem die Grünen jubeln auch öffentlich über explodierende Energiepreise, schliesslich haben sie und ihre ehemaligen Mitkämpferin Angela Merkel mit der Energiewende, also dem Energieende, mehr zur Verknappung des Energieangebots beigetragen, als es gewisse Staatschefs, die ich hier jetzt nicht erwähnen möchte, je könnten. Der Deutsche Brauereiverband schlägt Ditto-Alarm. Sollten die Energiepreise nicht schnell deutlich sinken, werden viele Brauereien nicht einmal mehr den Januar überleben. Ich zittere auch um die sympathische Brauerei Waldhaus in der Nähe vom Schluchsee, in der Nähe von Waldshut, weil die ist privat im Gegensatz zu der anderen, die mit den Zäpflebiers. Die ist staatlich. Übrig bleiben dann vor allem globale Getränkekonzerne wie Heineken. Wie sympathisch. Die Hilferufe der KM muss verschallen bei den verantwortlichen Politikern und Medien weitgehend ungehört. So hat die AG Klein- und Mittelstand, eine Dachorganisation mittelständischer Verbände in Deutschland, vor wenigen Tagen ein Positionspapier veröffentlicht, in dem es heisst, für tausende mittelständische Unternehmen droht es unter den aktuellen Bedingungen nicht mehr weiterzugehen. Zitat Ende. Das wäre für Deutschland, aber auch die gesamte EU eine Katastrophe. Trotzdem schaffen es solche Appelle. Es sind schon Hilferufe. Nicht in die Starkzeilen der grossen Medien. Die werden von anderen Themen und Gruppierungen beherrscht, von sexuellen Minderheiten, Klimaschützen, Black Lives Matter Aktivisten und anderen Social Justice Warriors. Die tausenden mittelständischen Unternehmen haben hingegen keine starke Lobby. Ihre Interessen, die tatsächlich jene der gesamten Gesellschaft sind bzw. sein müssten, werden von politmedialen Establishment konsequent ignoriert. Establishment sagt man, konsequent ignoriert. Für das juste Milieu sind sie vor allem Steueresel, die man zum Abkassieren braucht. Sie sind nicht Teil der Lebenswelt, in denen sich jene Akteure aus Politik, Medien, Zivilgesellschaft und Kultur bewegen, die über unsere Zukunft bestimmen und die sich vor allem mit sich selbst und ihren Utopien befassen. Die aktuellen Krisen, die durch die Politik dieser Klasse ausgelöst und befeuert werden, entziehen dem unternehmerischen Mittelstand die Existenzgrundlagen. Nicht Umsatz, die Existenzgrundlagen. Von dieser Wirtschaftspolitik der verbrannten Erde, der Zerstörung der Leistungsstaaten, kleinteiligen und mittelständischen Infrastruktur profitieren vor allem internationale Konzerne und Finanzinvestoren. Die europäischen Staaten verspielen ihre Eigenständigkeit, ihre politische Handlungsspielräume und ihre Autarkie, die man noch zu Beginn der Corona-Pandemie gefordert und beschworen hatte. Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland eine gewaltige Fusions- und Übernahmewelle. Mehr als 2000 deutsche Unternehmen wurden verkauft. Dabei flossen 238 Milliarden Dollar. Das war der höchste Wert seit der Finanzkrise 2008. Nicht mehr small, sondern big and global is beautiful. Ja, was soll man sagen? Vielleicht noch ein paar interessante Daten. Also es ist wirklich beeindruckend, was der Mittelstand, und da gehören natürlich auch die kleinen und Mittelstände, nicht nur der Mittelstand dazu. Ein paar Zahlen. 94 Prozent der deutschen Mittelständler sind Familienunternehmen. 70,6, also fast drei Viertel aller Lehrlinge werden vom Mittelstand ausgebildet. 207 Milliarden Euro Exportumsatz von mittelständischen Unternehmen. 52 Prozent der Eigentümer übergeben das Unternehmen an die eigenen Kinder oder an Familienangehörige. 54,4 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten arbeiten bei KMUs. 60 Prozent der Nettowertschöpfung entfallen auf KMUs. 1.307 der weltweit 2007 Hidden Champions, tolle Betriebe, sind deutsche Mittelständler. Meine Damen und Herren, das ist die Hälfte. Deutschland als Industrie- und Wirtschaftsmotor. Das ist hoffentlich nicht Vergangenheit, aber es sieht zappenduster aus. 99,3 aller Unternehmen in Deutschland, 99,3 Prozent aller Unternehmen in Deutschland, sind kleine und mittlere Betriebe. Ich singe ein hohes Lied auf diese Betriebe, weil ich seit bald 31 Jahren auch einen solchen Betrieb habe. Und das ist, ja, das ist eine sehr, sehr lange, intensive Schwangerschaft, die man da eben gar nie austrägt. Vielleicht, wenn man aufhört. Ich weiss es nicht, weil ich ja noch nicht aufgehört habe. Und da ist Herzblut, da ist Passion dahinter. Da kümmert man sich um Stakeholders, wie Herr Schwab sagen würde. Um Lieferanten, man kümmert sich um Mitarbeiter, man kümmert sich um Kunden, man kümmert sich um die eigene Familie. Aber wenn ihr mein Video schaut auf Rumble über den Kulturmarxismus, dann werdet ihr wissen, was diese Begriffe, die ich soeben aufgezählt habe, eben noch bedeuten. Doppelpunkt, nicht mehr viel, Komma, wenn überhaupt noch etwas, Quote, Punkt. Das soll es gewesen sein. Bitte hinterlasst ein Abo, wenn es irgendwie geht. Teilt es auch, empfehlt es weiter. Ihr seht, es passiert immer noch viel. Es ist ja irgendwie auch gut, dass die Welt nicht nur aus Corona besteht. Aber sie ist, wenn sie denn je gut war, sie ist in einer ganz, ganz schweren Krise, die eben das ausmacht, was uns Menschen ausmacht, eine gewisse Ethik, die mit Füssen getrampelt wird. Das kleine Zusammenspiel von Mittelständlern, von Kleinbetrieben, von regionalen Geschichten, das scheint alles in diesem Big is Beautiful, Big Global is Beautiful, Hype, nichts mehr zu zählen. Und ja, das macht einen wirklich mehr als traurig. In diesem Sinne, trotz allem, einen wunderschönen Tag. Und es ist einfach schön, dass ihr bei uns seid. Das gibt uns Kraft und Mut, Salizame.